Und jetzt meine aktuelle, die ich heute in der Nachtkammer sind fertig gekriege, meine aktuelle Karnevalssong, produziert von Fox & Aachen. Da bin ich richtig stolz drauf, dass ich auch dieses Jahr einen Karnevalssong dabei habe. Und zwar heißt dieser Song, die Hände nach oben. Wir machen das erstmal schön zusammen. Wenn ich das singe, die Hände nach oben, dann tut ja schön alles schön, die Hände nach oben. Und wenn ich das singe, die stampfen mit den Füßen, dann stampfen die alle mit den Füßen. Okay? Dominik, auf jetzt! Heute ist ein guter Tag, romantisch amüsieren mag. Oh no, oh yeah! Wir machen ruhig und alle fein, denn keiner wird zu Hause bleiben. Oh no, oh no! Hier reingekommen, das ist klar, das ist jetzt keine Schmuse-Bahn. Oh no, oh no! Keiner macht hier wirklich schade, denn jetzt geht's mir ab. Oh no, oh no! Die Hände gehen nach oben. Oh no, oh no! Die Hände gehen nach oben. Allernächste Bank, mit der Knarre in der Hand. Oh no, oh no! Der Wecker hinten an der Wand, hat sich wohl gleich erkannt. Oh no, oh no, oh no! Und die Leute sind gut drauf, du forderst sie auf. Oh no, oh no! Oh no, oh no! Oh no, oh no! Die Hände gehen nach oben. Oh no, oh no! Die Hände sind nach oben. Die Hände sind nach oben. Hey, yeah, 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 yeah. Alle machen mich. Schalalalalala, das hält an diesem Hit. Bravo, bravo! Vielen Dank.